Hi! Schön, dass ich da sein darf. Wirklich, wirklich schön, mal wieder auftreten zu dürfen. Ich glaube, ich bin hierfür eingeladen worden, weil mein ganzes Äußeres so laut nach Lockdown schreit. Ich habe einen Text mitgebracht, der zwar in einer ganz, ganz anderen Situation entstanden ist, aber spannenderweise doch irgendwie auch jetzt passt. Und er trägt den Titel Manchmal fühle ich mich wie Moos. Manchmal fühle ich mich wie Moos. Moos liegt auf hartem Stein und da ist es hart, aber oben ist das Moos weich und dann liegt es halt so da, das Moos zwischen hart und weich und das Moos mag es feucht. Und ich bin auch oft feucht, also weil ich schwitze sehr leicht. Und ich weiß nicht genau, wo ich mit dieser Metapher hin will, aber ich weiß, dass ich mich manchmal einfach fühle wie Moos. Und wenn ich mich wie Moos fühle, dann liege ich so da oder stehe so dort oder sitze so herum und ich fühle mich moosig und ich bade in dieser Moosigkeit. Warte darauf, dass die Sonne kommt und ich ein bisschen glänzen kann, aber eigentlich wünsche ich mir Regen. Meistens bin ich dann müde, erschöpft, erledigt, überfordert. Moos ist auch sehr leicht überfordert. Wenn zu viel die Sonne scheint, dann trocknet es aus. Es packt das Moos nicht, wenn zu viel die Sonne da ist. Da denkt sich dann das Moos, oder bitte einmal Regen, sei leibend, ich boxe nicht mehr, immer Sonnenschein, gib Regen her, oder was ist? So redet zum Beispiel das Moos aus dem Wienerwald. Verstehst du, das ist in der Existenz vom Moos schon drinnen, dass einfach nicht zu viel die Sonne da sein darf, weil sonst stirbt es. Und so gesehen will ich natürlich überhaupt gar kein Moos sein, weil eigentlich mag ich es ja, wenn es leibend ist. Aber ich kenne schon das Gefühl, wenn man sich Regen wünscht. Manchmal fühle ich mich auch wie diese schmelzenden Uhren von diesem verrückten Surrealisten, der angeblich ein Faschist war und auch ein Kochbuch herausgegeben hat. True Story. Da sind Rezepte drin wie Spiegelei in einer zerfließenden Pfanne oder zarter Hummer mit Menschengesicht. Und dann schmelze ich so dahin gleitend wie die Zeit und alles vergeht und ich habe das Gefühl, ich habe keine Knochen in meinem Körper und rutsche wie flüssiger Gummi, extrem anstrengende Stiegen hinunter. Ganz unten lande ich auf hartem Stein und werde zu Moos. Überforderung. Oft Überforderung. Aber warum eigentlich? Viele Menschen sind oft überfordert und in Wahrheit ist das oft ein wirklich unnötiger Geisteszustand. Weil meistens bist du selbst, der dich überfordert. Das kommt nicht von jemandem anderen. Du willst das alles erreichen und das alles machen und am besten gleichzeitig und dann schmelzen die Uhren dahin und die Zeit davon und nicht mal das, was tatsächlich erreicht wird, fühlt sich gut an, weil da noch so viel anderes ist, das man will. Und die Genugtuung bleibt weg und ruft aus ferner Distanz, du hast noch nicht genug getut. Und da müsste man sich mal ein Herz fassen und zurückrufen, doch, komm jetzt her, du Arschkind. Was ist mit dir? Wie man sieht, auch ich bin aus dem Binnenwald. Und wenn man da genau hinschaut, sieht man, das ist gar nicht die Genugtuung, die das gerufen hat. Das sind all deine Erwartungen an dich selbst. Und dann schaust du noch genauer hin und siehst, hey, halt mal, halt, stopp. Das sind ja teilweise gar nicht meine Erwartungen an mich selbst, das sind die Erwartungen von anderen Menschen an mich und die verkleiden sich und stellen sich zu meinen dazu und tun einfach so, als würden die dazugehören. Und da muss man aber wirklich genau hinschauen, um das zu sehen. Ja, dann muss man die umbringen. Ganz radikal. Anzünden, keine Gnade und verbrennen lassen. Anders geht's nicht. Da muss man volle Kanone, radikalste Mafia sein. Weil man muss ja auch ein Exempel statuieren für die Zukunft, dass sich das nicht nochmal andere fremde Erwartungen trauen. Ja, und wenn die dann verbrannt und elendiglich verendet sind, dann schaut man denen, die wirklich die eigenen Erwartungen an einen selbst sind und die jetzt so total verängstigt und mit schlotternden Knien dastehen, dann schaut man denen ins Gesicht und sagt ihnen, ja, das kann euch auch passieren und jetzt flieht ihr Narren. Und dann holt man sich die Genugtuung. Die war nämlich hinter den ganzen Erwartungen auf einen Stuhl gefesselt und da befreit man die und dann schmust man ganz heftig mit der richtig wild und genussvoll Schmusen mit der Genugtuung viel Zunge überall. Und nachher sagte die Genugtuung, hey du, du hast genug getut und das hast du sehr gut getut. Und dann schaut ihr die Genugtuung tief in die Augen und sagt drei extrem wichtige Sätze zu dir und die merkst du dir dann und am besten sagst du sie dir jeden Tag wieder vor. Du tust genug, du hast genug, du bist genug. Du tust genug, du hast genug, du bist genug. Und dann fühlst du dich nicht mehr wie schmelzende Uhren oder wie Moos und du wünschst dir auch keinen Regen mehr und der Sonnenschein, der fühlt sich dann zweifellos guter. Dankeschön.